Seid heut da, glaubts nimmer rund, denn wir ham den grossen Hund. Was der alles g'seht und schliesst und was der verbiesst. So hätt urn Schuhe, Hosebein und sogar es für ein Hai. Doch am meisten hätt er Spass, als im fliehen Fass. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Er versteckt sich hinterm Hus und sucht eigen Fass wie uns. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Doet hat er ihn ins Gebirn und wusste einfach die. Ja, unser Hund ist gesund mit 150 Pfund. Er richtig schlägt so vor am Hund. So, wenn wir das dann zum desnett, dann erleint sich's mit das Bett. So hat er sich inskaniert, ist es schon passiert. Dann, er hat schon lang entdeckt, wann er sie die Pfote streckt. Es schlägt wie ein Hund sein Dach, oben, 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 oben. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Nein, der Hund ist gar nicht blöd, was er seht, was will er nöt. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Doet hat er ihn ins Gebirn und wusste einfach die. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Er versteckt sich hinterm Hus und sucht eigen Fass wie uns. Euse Bernhardine, das isch ein Schlawine. Tut, als wäre ich nüchtern Bier und wusste einfach die.